Halt, Stopp! Was geht da? Da ist auch gespielt. Wegen ist Muren gefahren. Na. Ist ein Baustell. Na. Haben Sie ein ganzer Plantage gefunden. Na. Was ist noch der Grund? Das ist ein Schutzgebiet für Wolf und Bären. Ein was? Ein Schutzgebiet. Wir schützen Wölfe und Bären, damit sie sich frei ausleben können. Willst du mich fragen? Wölfe und Bären sind friedliche Tiere. Friedlich? Meine Kuh haben sie erst gefassen. Glaub ich dir nicht. Der Wolf oder ein Bär, das hat so etwas nie. Leicht, ich muss packen gehen. Darfst du da nicht füllen? Lass mich füllen. Na. Gerrit. Herauf. Ich leite die Polizei an. Scheiße. Schau wie nett. Da ist ja einer. Schau wie flauschig und nett er ist. Leine zu nach. Scheiße. Ich liege die Frau mit flauschig. Der ist ihm raub mit Flauschig. Ah. Aaaaaaah!